Viel Spaß! Wir hatten die Freikarten, haben wir schon vorab fliegen. Bist du schon mal nach dem Fahrt? Ja, voran. Oh, das wird jetzt mies, Patrick. Aber trocken durchkommst. Und wir haben das letzte Mal so fett Nebel angemacht. Ja, da, guck mal. Du siehst jetzt gar nichts mehr, ne? Oh Gott, wo bist du? Wo bist du? Wie ist der da hingekommen? Okay. Oh je. Geht's nicht, weiß ich. Keine Ahnung. Hier geht's nicht. Doch, hier geht auch. Junge, Junge. Ey. Ja, hier ist gut, das weiß ich noch. Warte mal, wir sind das letzte Mal. Doch, hier irgendwo. Okay. Boah, ich denke hier ist immer eine Wand. Filmen Sie das? Ja, wir filmen. Was? Für YouTube. Wie heißt das YouTube Video? Freizeitpark Friends heißen wir. Freizeitpark Friends. Freizeitpark Friends. Ja, hier rein, Patrick. Hier rein. Aber hier nicht. Ja, sehr schön. Oh Gott. Hier musst du vor, ich weiß jetzt sind wir durch. Ja? Hier rein. So. Warte mal. Wollt ihr vor? Ja. Insgesamt über 60.000. Schaut vorbei. Ihr seid jetzt im Video. Eieieiei. Jetzt geht's hoch, Patrick. Jetzt geht's hoch, Patrick. Ja. Hoch lebst du, ne? Ich geb dem Ding gleich eine Kopfnuss. Ja. Oh je. Oh je. Einen haben wir noch. Das war schon nicht schlecht. Jetzt muss ich natürlich hier erstmal. Kennt ihr diese Rollen, Leute? Warte. Boah. Der Wahnsinn. So, jetzt geht's hier weiter. Was ist jetzt hier los? Okay. Oh Gott. Willst du wieder drüber laufen? Ja. Du wirst dabei gefilmt, wie elegant du da rüber gehst. Wie ich mich jetzt auf die Schienen aufzulegen. Ich kann nicht rüber, ich hab meine Kamera. Aber hast du sehr schön gemacht. Bin stolz auf dich. Du bist sehr wendig, hätte ich nicht gedacht. Flick wie ein Wiesel ist er. Boah, ich muss hier erstmal durchkommen. Ich würde das ja gerne filmen, wie ich das mache, Leute. Aber das ist nicht drin. Oh, so. Uh. So. Oh. Oh. Weiter geht's hier. Jetzt geht's wieder runter. Wir laufen runter. Es geht weiter. Oh. 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 Ja. Erstmal eine Waschanlage. Oh. 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 mal rollen was ist denn mit dir los schaffst du? kannst du da? geil wo müssen wir denn raus? schaffst du da? ja sehr schön